I like trains! Hallo und herzlich willkommen, ich bin GüntherLP und das hier ist ein kleines Let's Test zu Meme Invaders und das ist so ziemlich genau das, wie man es sich vorstellt und zwar... Moment... Einfach uns bewegen und schießen und dann... Space Invaders eben halt... mit... Oh, ich hab schon Leben verloren! Oh, oder ob es das Mutterschiff? Ach, das wär' ich! Ja, ich weiß gar nicht, ob mir die Dinger hier unten helfen oder ob die mich behindern. Irgendwie tun sie ja beides. Oh Gott, die kommen ja schon so voll schnell runter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde! Bam, bam, bam! TRIPICAL! Ma, 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 multiple! Ah, das das... Ah, das tut das... Die Dinger schießen ja zurück! Bam! Oh, das... Oh, das liegt die Mutterschiff oder was auch immer das ist. Oh, das ist der Säce! wird märz zu wollen ja er träumt dann haben wir noch war und dann haben wir noch etwas anderes was ich leider nicht genau weiß aber ich persönlich bin ja auch das ganze äh die Welt sagt jetzt mal sehr interessant und so weiter und so fort aber kommt jetzt noch m schießen oh Gott ist euch meinen Schutz weggemacht bist du wohl voll idiotisch alle weg alle weg oh Schuss kommt Scheiße ich kriege ja nicht immer drei der Leben pro Level das heißt weil ich jetzt erst ein Level schon ein Leben verkackt habe hab ich jetzt schon voll wenig Leben verdammt m m doch auch ein wenig die Treufe ist auch aber auch aber ein Jahr mit schon aber die Pro aber die durchdrehen ab um und so wird die Rage-Face oben um die Musik nein ich finde der Musik und der Gerät aus der Tür dass sie treffen ja geht doch ja geht doch hat sie fein gemacht ich hab auch das Gefühl ich schießen mal viel auf das jetzt BAM oh yeah, gekillt, next wave so go go schießt die Tourplace ab und die kurz ist mit den anderen Nimmungsmasken die mag ich alle nicht sollen alle mein Auto kommen ich hab full candy was passiert eigentlich wenn die Dinger da oben gegen meine also die ganzen memes da oben die ganze Gesichter äh du Gesicht gegen diese bunten komischen anderen Dinger fahren das würde mich mal interessieren werden die dann zerstört oder irgendwie so Quatsch nein ich hab schießt schießt doch nein das ist das war zu fuck 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 okay restart jetzt fangen wir noch vorne an aber diesmal mit etwas mehr skill und äh skill all das ist sie langsam sie langsam sie langsam oh ich hab das Mutterschiff umgetroffen nein ich will das Mutterschiff treffen oder was auch mal das ist dann BAM 250 Punkte für das Kackding so oh wo 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 rat Prozent wo einen Schuss sein ich weiß auch ständig ich mag das nicht mein punkt ist dann eigentlich auch irgendwie abhängig von von der zeit so kommen die mal weg gescheuert scheiße leben verloren alle sterben oder alle sterben ich werde bestimmen als Armbachläufer ich habe mir das Ding da oben getroffen das war gerade auch so aber es geht ums Prinzip getroffen ist getroffen ich würde auch nicht versorfen so ein bisschen der rechten Flanker ein paar abschießen so komm ich will das Rageface außen treffen ja geht doch so bäm bis alle ab nach ähm 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 ein bisschen strange sound oh da können die mir nicht vorwarten wenn die schießen wollen oder so oder haben die einfach keine Hommys wir haben ne Rolle keine Hommys ähm äh komm treff ich die nicht ey oh schuss ähm alter alter ähm ja ja nein das war es einfach ja ja man kann man einfach nur draufhalten das ist mal ganz praktisch und einfach mal jede Ecke und hält so ein bisschen fuck 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 ich hab mich aufgefasst du 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 true so ihr seid alle beiden ihr ausgebotene Hölle oh 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 yes yes we can hop und tot 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 alle sollen sterben tot zu sterben Mut Hass ok also langsam werden sie echt schnell ich bin schon bei Level 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 hoch die steht ja nicht ich glaub ich bin bei 5 oder so und ich denke das wird nicht unbedingt einfach drauf logischerweise so bang jetzt die ganzen trollfaces weg ich mag keine Rolle ich mag keine Rolle ich schieße einfach mal oh random ein bisschen oh Gott rönde nur ein bisschen rein ich hoffe auch ein Bestes dein Bestes ist zu verlieren das ist eine Tradition bei dir oh oh alle an die Wand alle an die Wand gefälscht fälscht die alle weg so als sie noch nicht auf der linken Seite natürlich ein bisschen schade dass er nicht mehr mit dem vorkommen da sind ja noch ein paar hier so manchmal habe ich das Gefühl dass ich echt kurz schon getroffen werde will ich mich auch nicht einleeren ach komm ich bin in einer Brauzung oh Gott ich habe verloren nein ich habe verloren gut dann musste ich dann habe ich halt verloren ich will sowieso nicht spielen na gut ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal bei der Seite Let's Set haut rein